so und weiter geht's in der nächsten und weiteren folge von mir ich habe jetzt ich will das jetzt mal ein bisschen ehrlich spielen wir haben ja auch genug kohle also ich leisten und das werden dann gehen wir zurück noch einmal relo und dann cheaten wir ein bisschen kann ich eigentlich auch hier naja, ich verstehe na dann kaufen wir uns ein hier fehlt ja noch was so und dann haben wir die schnellen kunden hoch hier bisschen schluchten gelb, du wirst drei riesen noch mal das müsste der sein jetzt Eine paar Runde Ach der spielt mit mir In 3 Tagen fertig rutschen, warte mal Das ist doch interessant Da spielen wir uns mal ein bisschen eigentlich Mal schauen wie die so sind Ah ja, was ist da? Glaub ich nicht Ah ja Ok dann Dann sind alle raus, ganz komisch Oh Na ja, hat gewonnen Na Ich hab immer das Gefühl der Gegner gewinnt Ich glaub gar nicht mehr ob ich gewinne oder nicht Ich hab nicht Glück gehabt Ui, ich bin entlappelt da Ui, ich bin entlappelt da Ich hab nicht Digga, mir ist so kalt in den Zehen, Alter Ich sag's euch ehrlich, Alter Wir fliegen die Zehne Ich hab schon ne Decke noch gemacht Ich hoffe das geht gleich los mit der Lärme und welchen Problem Ich hab nicht darauf geachtet, dass er gehört hat Aber einer weniger, einer weniger, weißt du was ich meine? Wie ist das denn? Der Effekt ist es Ich hab das wegen gedacht Ich hab das wegen gedacht Ich hab das wegen gedacht Er hat nen K, Digga, vergiss es. He he he, scheiße. Mein K, ist das durch. Er ist gleich raus in 2001, auf die Filmfarge. Na gut. Muss man nicht, Boba. Muss man nicht, jetzt will ich's sehn. Ich will sehn. Ich will sehn. Du Fatze. Er gewinnt, weil er kleiner ist. Na wohl. Geht doch. Geht gehabt. Na ja, damit hast du auch mit Ansehen. Hier unten gestiegen sitzt ja. Aber richtig. Schau mal, das fließt ja richtig nach oben. Hoppla. Na ja. Hand-Up-Turnier. Okay, wir müssen also dieses Hand-Up-Turnier gewinnen. Das wird natürlich jetzt schwierig. Na ja. Spielerns da 24. 3M ist wie hoch? 720. Gewinnen, er hat eine gewinnt. Ich glaube, es ist 30. Okay. Eigentlich ist das ganz interessant, so ein Spiel. 4. Machen wir gleich mal online. Nur 3. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 5. 6. 6. 10. 11. trotzdem so viel kohle länger dass mich das also ich so ein arscher kohle länger das interessiert doch keinen mehr sein angelo moritz meine füße sind ich habe eine straße gehabt gar nicht gesehen die 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 b da gehn Pass nicht. Gehen raus, fuck dich. Ja, ne, ist klar, Digga. Das ist halt zwar nicht ganz geheißen, was du wirst zu schlagen. Wir sind 14 Uhr, okay. Lass mich abwacken, warum kann ich nicht den Tisch selbst verlassen? Müssen wir mal am Tisch bleiben. Lass mich da auch mal wechseln. Ist halt interessanter noch. Ah ja, so viel Pech kann man auch haben. Kann man zweckhaft um euch zu sein. Hm. Ja, jetzt soll ich immer mehr Pläne zurücknehmen. Jetzt muss der Kuh kommen, Digga, jetzt muss er kommen. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Tja. Pech gehabt. Hat er ja keine Dinge gehabt und... Er hat durchgewandt. Scheiße, glaub. Waffe. Oh, ist ja nicht so schlimm. Warte mal. Cash Game. Was muss ich machen? Hands... Hands Up Turnier. Die Kopfhörer teilnehmen. Hands Up Turnier, okay. Ich glaube, das ist das Hands Up Turnier. Spielen wir mal mit schwarzen Karten. Schauen wie das Clip da ist. Na ja. Ihr seht aber ehrlich, das Spiel ist schwerer. Verbrechen. Verbrechen. Luben. Ah, ein Drehrlänge. Schön. Schon noch mal mitgekommen? Ja. Okay. Kannst... Wir müssen jetzt noch ein bisschen zurück. So ist es jetzt gleich wieder dran. Hm. Ja. Mhm. Mit 10, ja, ein Buben. Geht doch. Mit Ströme, ja. Wir sind ja noch da. 21. Die drei haben uns schon verlassen. Nix. What the fuck. So. Äh. Äh. Warte ja nichts weiter, was bekommt denn. Ich hab jedenfalls verloren. Ich hab jedenfalls verloren. Naja. Ich hatte doch ne höhere Karte. Das war klar. Sobald du setzt, ist er weg. Das ist schon fast klar. Ich weiß nicht. Ja. Genau deswegen hab ich's nicht riskiert. Genau das... Ich wusste das. Ich hab's genau im Gefühl gehabt. Wie geiler wär so'n Cheat-Digger, wo du die Karten aussehen könntest. Das wär noch geil. So ist das, was ich meine. Wenn du das Spiel vier, fünf Mal durchgespielt hast, dann... Irgendwann ist langweilig. Ja. Okay. Wie viele haben da in den Mund? Dann haben wir noch Freizeit. Okay. Das hat immer interessant, weil... Umso weniger es sind, umso besser. Dann hören wir noch mal. So einer ist dann natürlich übrig. Yeah. Oh ja. Nein. Come on. Wie viele sind's noch? Nein. Das ist gut. Das ist gut. Warte mal. Ich hab nur ne 15. Mach mir den hier. Fuck you. Scheiße. Jetzt bin ich der nächste. Das machen nix. Hm. Also ein bisschen Cola. Und 40. Gehen mit. Wir erhöhen auch. Schön. Glück des Todes, Digga. So ist das möglich. Aha. Aha. Na. Ist ja klar, Digga. Wie viele sind's eigentlich noch? 8. Hashtag fast den ganzen Tisch. 2, 4, 6, 8. Ich glaub das sind alle. Passt. Ich hätte ein Full House gehabt. Aber dafür ist der Planter. Das war unser Glück. Ich muss mal ein bisschen. Mich zurückhalten. Weil. Umso mehr ich mich zurückhalte. Umso besser. Ja. Du Fatze. Ich muss mich zurückhalten und raus alles raus. Ach Gott. Geil. Ich muss callen. Weil. So anders macht's ja keinen Sinn. Wow. Komm schon. Ich bin gewonnen. Ich bin gewonnen. Okay. Komm schon. Er hat gewonnen. Tja. Wird gelaufen. Wird gelaufen. Wird gelaufen. Ja. Das ist genau meine Befürchtung. Sehr ernst. Wir haben jetzt vier Versuche gebraucht. Wir haben mal einmal kurz erfunden. Das klappt aber nicht mehr. Ist das was wir möchten? Ich werde bei Cheat Angie wieder ein bisschen cheaten. Ähm. Genau. Ähm. Aber das Ding kann man nicht erhöhen. Ähm. Wenn man das da breiter machen würde. Wäre es um einiges geiler. Aber das seht ihr dann gleich alles in der nächsten Folge. Ich stelle es nochmal um mit dem. Mit dem. Der Bandicam. Ich würde das Turnier gewinnen. Ich würde weiterkommen. Ja. Wenn es euch wieder gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ciao. Ciao. Ciao.